Florian Silbereisen, heftige Kritik von Peter Kraus Mit seinen 83 Jahren ist Peter Kraus ein Urgestein der Schlagerbranche. Jetzt wettert er gegen Florian Silbereisen und dessen Showformat. In einem aktuellen Interview mit Musikwoche hat sich Schlagerlegende Peter Kraus kritisch gegenüber heutigen Musikshows im Fernsehen geäußert. Insbesondere die Florian Silbereisen-Show, in denen er selbst schon auftrat, kamen dabei nicht gut weg. Florian Silbereisen-Show lässt Peter Kraus nicht auftreten. Er war selbst erfolgreich als Moderator von TV-Formaten wie Bang Bang oder Herzlichst, ihr Peter Kraus aktiv. Doch nun geht Peter Kraus mit heutigen Unterhaltungsschows hart in die Kritik. Er vermisse die Zeiten, als man einfach hingegangen sei, ein oder zwei Titel gesungen habe und vielleicht noch ein kurzes Interview gegeben und über Musik gesprochen habe. So Kraus in Musikwoche. Außerdem sei ihm noch alles auf Party geeicht. Dies finde er dem Blatt zufolge nicht schön. Sehen Sie, ich durfte mit all meinen früheren Veröffentlichungen bei den Shows von Florian Silbereisen auftreten, aber mit dem Idole-Album nicht mehr. Früher gab es mehr Vielfalt bei den großen Medien. Das wünsche ich mir zurück. Er ist nicht der Erste, der die Show kritisiert. In der Vergangenheit haben sich auch andere Schlager-Stars kritisch zur Florian Silbereisen-Show geäußert. So offenbarte Heintjeer vergangenes Jahr in Freizeit heute, dass bei Silbereisen immer die gleichen Leute da sind. Darüber sei er wirklich stinkig. Zudem zeigte er sich selbstbewusst, qualitativ singe ich da so manche, die da auftreten, gegen die Wand. An Florian Silbereisen selbst lege dies nach Heintjeer jedoch nicht. Der habe bei der Besetzung seiner Sendung auch nicht viel zu sagen. Kritisch über die Gästeliste äußersten sich erst Anfang des Jahres auch einige Schlager-Fans. Zum großen Abschied von Jürgen Strefs waren kaum Weggefährten des Königs von Mallorca zugegen. Stattdessen standen altbekannte Gesichter auf der Gästeliste, die auch schon beim großen Schlager-Jubiläum performt haben. Sechste Abschiedstourke aus startet am 4. Februar. Auf seiner eigenen Abschiedstourne will Peter Krause laut Musikwoche ein breites musikalisches Spektrum anbieten. Zum sechsten Mal wird er damit auf Wiedersehen sagen. Gestartet wird am 4. Februar 2023 in Stuttgart unter dem Motto Meine Hits, meine Idole. Ihm zufolge sei es bei seiner Tour außerdem wichtig, dass es ein Konzertabend wird, bei dem es um die Musik geht. Untertitelung des ZDF für funk, 2017